Ja, hör mal, ich muss jetzt Schluss machen, es war richtig toll, mich dicker Sprechen zu haben, aber ich muss jetzt nach Hause. Alles klar, Mäuschen, bis dann, ciao. Felix, 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 Mutti geht nach Hause. Felix, Mutti geht nach Hause. Hallo, Mutti geht nach Hause. Felix, Mutti geht nach Hause. Ja, und du kommst hierhin. Das ist kompetent, ich diskutiere mit dir nicht. Felix, Mutti geht jetzt nach Hause. Na los, Mutti geht nach Hause. Wie ist das denn da? Wenn du gleich nicht hierhin kommst, kommt gleich ein großer Hund, der wird dich fressen. Fühlst du das? Felix, das ist die letzte Warnung. Hallo, Mutti geht jetzt nach Hause. Felix, die Mutti geht jetzt nach Hause und du auch. Hierhin, hierhin, Topper. Hierhin, Felix. Die Mutti geht nach Hause, du auch. Hier, Felix, das ist die letzte Warnung. Hier, du böser Hund, du hörst ja auch nie, wenn man dir was sagt. Hier, Felix. Mutti geht nach Hause. Hallo Leute, willkommen bei Saftan Facts. Schön, dass ihr mal wieder reinschaut. In Folge 5 geht es um Freilauf und um Rückruf. Die Situation war gerade, na klar, die habt ihr alle schon mal irgendwo gesehen oder erlebt. Ja, für die Leute, wo der Rückruf gut funktioniert, ist das mal sehr amüsant. Aber, naja, für die, wo es eben nicht so klappt und natürlich auch insbesondere für den Hund, ist das alles andere als toll. Grundsätzlich erstmal, ja, Freilauf, ich persönlich finde, der ist schon sehr, sehr wichtig, um den Hund dann einfach mal wirklich Hund sein zu lassen, sich mal so ein bisschen freienfalten zu können, soziale Kontakte zu pflegen, ganz, ganz wichtig mit anderen Hunden. Aber eben, ja, eine Sache ist da super, super essentiell, eigentlich nicht nur beim Freilauf, sondern in vielen anderen Situationen auch, nämlich der Recall oder Rückruf. Wenn ich einen Hund freilaufen lassen möchte, dann muss ich einen hundertprozentigen Rückruf haben. Da gibt es kein Pardon, egal was das für Situationen sind, egal was für Ableckungen sind, in welchen Situationen der Hund gerade drin steckt, der Rückruf, der muss wirklich funktionieren. Hundertprozentig, naja, ich weiß nicht, es mag vielleicht welche geben, wo es anderen hundertprozentig sind, aber ich glaube, so wirklich richtig hundertprozentig ist das bei niemandem der Fall. Es sind ja auch keine Maschinen, sondern sind auch noch Lebewesen und da kommen eben viele, viele Faktoren zusammen. Das Entscheidende an dem Rückruf ist, der Hund sollte schon, ja, zu euch kommen, weil er zunächst einmal, weil er euch respektiert, weil er folgsam, weil er gehorsam ist, nicht, ja, nicht aus Angst, nicht aus Einschüchterung logischerweise, aber auch nicht, weil er euch, ja, als Futterautomat, als Külle des Futters sieht, also man sieht das sehr, sehr oft, wird auch in vielen Hundeschulen einfach so propagiert, für jede kleine Handlung, die der Hund ausführt, da ein Leckerchen bekommt und dazu zählt eben auch das, das wieder heranrufen. Ich kann sowas viel, viel einfacher belohnen, ich kann nur das auch viel einfacher torcieren, nämlich einfach durch Zuneigung, die der Hund dann in dem Moment bekommt. Vorausgesetzt, ja, er hat dem Rückruf natürlich ganz gut gefolgt, ja. Ja, warum ist es wichtig, dass der einfach hundertprozentig sitzt? Es gibt viele Situationen, wo, ja, wo Menschen ins Spiel kommen, die das vielleicht nicht so mögen, dass da ein Hund um sich herum springt oder auf sie zuläuft. Andere Hunde, die angelangt kommen, wenn ich auf, oder in einem Dogpark in einer Hundewiese bin, auf einer Hundewiese bin, dann, ja, gibt es vielleicht auch da mal Situationen, wo sich Hunde nicht so gut vertragen und dann brauche ich nicht auf die anderen Hundehalter schimpfen, die dann ihre Hunde nicht im Griff haben, sondern es ist mein Job, ja, mein Hund aus so einer Situation abzurufen, um zu mir zu bringen und für ihn diese Situation zu klären, ja, das wird nämlich ganz, ganz gerne gemacht, da gibt es Opereien auf der Hundewebe und meistens sind dann immer die anderen die Bösen oder die Schlimmen und die Schuldigen. Wenn ich aber meinen Hund aus diesen Situationen heraus beordern kann, problemlos, sofort mit einem Rückruf, kann ich diese Situation im Zweifelsfall für ihn regeln und schon, ja, gibt es eben einfach keine Probleme mehr damit. Wir schneiden das Thema heute mal einfach, wie gesagt, ganz kurz noch an. Schauen eigentlich auch, ich zeige euch gleich noch mal ganz kurz ein oder zwei, ja, einigermaß gut sitzen, Rückrufe, würde ich mal behaupten. Und werden das mit Sicherheit bei Gelegenheit noch mal etwas vertiefen. Wir werden vielleicht auch euch mal so ansatzweise zeigen, wie man gescheit an Rückruf aufbaut, denn da hapert es meistens in der Regel und das, ja, wird dann irgendwo in einer weiteren Folge mal noch ein bisschen detaillierter besprochen und auch gezeigt. Und bis dahin danke ich euch erstmal fürs Reinschauen und wir freuen uns, wenn wir euch demnächst wiedersehen auf unserem Kanal und dann wünscht ich euch heute noch einen schönen Tag. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch mal ganz kurz jemanden vorstellen, einen, ja, alten Freund von mir, der in der Türkei ganz aufopferungsvolle Tierschutzarbeit leistet, ja, vortrefflich eben auch mit Hunden und Katzen und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch da ein bisschen mit unterstützen könnt. Ich werde das hier unten gleich mal einblenden, dass die Villa Luna, die Facebook-Seite, einfach mal liken, mal verfolgen, was der Karim da so auf die Beine stellt und seine fantastische Arbeit einfach mal, ja, jeden Tag kann man es begutachten, was er da alles so verbringt und ich finde es ganz fantastisch und, ja, es soll einfach eben ein kleiner Spendenaufruf sein, in welcher Form jetzt auch immer, auch Sachspenden sind da sehr, sehr gerne gesehen, kann er immer gut gebrauchen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr einfach ein bisschen mithilft und ihn auch mit unterstützt. Das ist der Kerem Filazzi, wie gesagt, ein alter, guter Freund von mir, wir kennen uns schon viele, viele Jahre und ich weiß, dass alles, was, ja, an Spenden oder, ja, in irgendeiner Form von Hilfe da geleistet wird, auch an die richtige Stelle kommt und auch wirklich zu 100% dort umgesetzt wird für die Tiere, um ihnen zu helfen, um sie zu retten und, ja, gegebenenfalls auch mal zu vermitteln, ihnen ein neues, sicheres, ein schönes Zuhause zu geben. Also, schaut es einfach mal euch an und schaut mal rein und verfreut es ein bisschen. Es ist wirklich großartig. Ich danke euch.